Zwei Wochen nach dem Hamas-Terrorangriff bereiten sich israelische Reservisten in der Nähe des Kibbutz Be'ri auf die Bodenoffensive in Gaza vor. Erschütterte Augenzeugen der Rettungsorganisation Zaka berichten von Vergewaltigungen, Folter und Brandstiftung. Rami Gold ist einer der Ersthelfer. Er war zwölf Stunden vor der israelischen Armee vor Ort. Er kannte die meisten Menschen hier. Right now we are burying them by the hour, in a temporary cemetery, in a nearby Kibbutz, because we can't bury here. Ein Viertel der Gebäude sind so stark zerstört, dass sie nicht wieder aufgebaut werden können. Well, we won't be able to stay here very long. We can still hear explosions not very far from us, but the sight of these devastated houses, the sight of the personal belongings that are strewn among the rubble, is just overwhelming. Israeli forensic servicemen, they are continuing to find bodies in the area and say that they will no doubt find some more in the next few days. I'm Valerie Goria, in Beri, southern Israel, for Euronews. Euronews 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 Euronews